Die haben ne Sim Sim und Torbjörn. Digga, die haben so viel geschafft und gegen Kansas Spad. Digga, Respekt, dass sie so wenig Vertrauen in sich selbst haben. Boah, Alter, da ist ja mein Dildo und auch Vertrauen vor deinem Vorstellungsgespräch. Was heißt eigentlich Kruzifix? Kruzifix? Scheiße. Ist ein Kreuz eigentlich. Ja, Kruzifix ist eigentlich das Kreuz. Also das Kreuz an dem zum Beispiel jedes genagelt wurde. Also nicht genagelt im Sinne von genagelt sondern genagelt von dem man hat den Hals durch die Hände und Blitz genagelt. Falls verstehst du was ich meine. Hm, Sensei. Schüler und Meister wieder vereint. Na, danke jetzt halt. Es ist wirklich der Chrom-Skin. Yeah. Ja. Ist einfach bester Skin. Es ist einfach bester Skin für Gern, wie meine Meinung nach. Äh, außer der Sommerspiel-Skin. Ne, ich finde Chrom wird trifft ihn auch so. Weil Chrom ist einfach, ich weiß nicht. Er ist nicht so auffallend, aber der Kenner wird ihn erkennen. Weiß? Das ist halt das Ding. Und Genie versucht sich dazwischen zu drängen. Das ist Meister und Schüler. Der Wissenschaftler. Die werden oben pushen, die werden oben pushen, warum stehen wir noch nicht oben? Die werden oben pushen, Leute. Garantiert. Die werden oben pushen, oben push jeder. High ground. Ja. Vielleicht werden sie aber auch oben pushen. Oh Gott. Sie haben uns. Das gefällt mir ja gar nicht. Ja. Der Gernji hat mich. Ich hab Lucio. Ja, die ging gerade zu dritt auf mich. Hm. Hm. Vielleicht ehemalige Gegner von dir? Nee, ich komm gerade, nee. Ich überprüfe immer den Namen der Leute. Das ist Thema nicht. Also wenn es Gegner sind, dann muss es längst sein, die ich damals mit Münzen oder so zur Teil zerfekt haben. Mit der 57er Killstrick, aber... Das war's Season 5. Wir sind in Season 7. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich hab jetzt schon fast 80% meine Ulten, ne? Das war das erste Mal, wo ich einen Solo-Q-Tank gespielt hab, ey. Ja, ich hab jetzt 74%, ich hab jede Kills. Ich weiß gar nicht, aber... Ich weiß gar nicht, aber... Ich bin bei... Genshi gesprungen. Ha! 65. Ah scheiße, das ist ein Schild. Spicer, Spicer, Spicer komm! Spicer, zeige mich! Ah! Ab meine Ulti. Äh... Sehr nett von hier. Oh Gott, der... Oh ne, ich hab keine Ahnung. Wow! Der hat gerade ohne Namen das 5-fach gemacht. Wow! Den Punkt haben wir verloren, boys. Wow. Oh man. Wir müssen neue Verteidigung aufstellen. Ja, und bei den Gegnern ist einer raus. Und das ist der McCree sogar. Der McCree, der gerade das Highlight... Äh, gerade 5-fach Kill gemacht hat. Der ist rausgegangen. Haha. Weil wahrscheinlich... Der Win 2 von denen ist ein Silber-Typ. Der ist ein Silber. Der ist ein Silber. Ja, Tracer will die... ... grad unsere... ... äh... ... Dinge zornen. Merci. Nice, nice. Ja, die geht mir ganz schön auf die... ... die geht uns grad... ... die hat mich geholt, man. Ich würde Instagram red... ... mittig... ... und da ist der Gittin! Holy fuck! Hier sind so viele... ... Pitches am Start, ne? Jetzt brauche. Ja, ich habe ihn geholt am Ende. Scheiße, ich wollte dann abhauen. Ja, er ist wieder da, er ist wieder da. Dachte ich mir schon, Disconnection. Aber ich frage mich jetzt, ob das überhaupt jetzt noch zählt, wenn er rausgegangen ist. Ja, zählt noch. Normal weißt du, zählt das schon. Ja, natürlich zählt das noch, alter. Bitte. Heule, geh auf mich. Ich hab doch den Schortens getan. Okay. Hm. Ich bin einfach zu jung um zu sterben. der verfickte scheiß wunsten der wunsten ich mag wunsten nicht weil das ein counter ist gegen genji ja legali die tracer geht mir viel mehr auf den sack ohne scheiß einfach seine immobilität ich sag dir wenn blizzard schneller machen würde denn ja da wäre so ops auch wenn das eigentlich jetzt schon ist wird wir versuchen mal das ding hier ungefähr zu halten wunsten Uuuuh, ein Trippi McRee oben Da ist Heilo Nicht zu weit, nicht zu weit nach vorne, ist schon viel zu weit Ich muss versuchen immer in dem Bereich zu bleiben, wo der Heiler sich auch retten kann So Ist du tot? Da haben sie gerade wieder gepuscht ein bisschen Das schafft ihr Oh, da sind wir auch dauernd Die kommt zu euch Die kommt zu euch Die kommt zu euch Ja man Discord und so weit Ich muss jetzt mal nach oben gucken Wegen der McCree Ja, nur Genji und McCree sind immer Just me... Genji Ja, McCree will locker von oben wieder Heilo und Hanun machen Naja, da sind wir nicht hoch Ja Ja Seh ich noch nicht Boah, fast ein 316 no scope, alter Digga, ich hab Goldkills Ich bin Senjata Das stimmt, so wird grad nicht in Rank Ich hab grad McCree abgelankt Der kommt jetzt nicht nach oben Ich hab Ulti wieder Ich hab Ulti wieder Farah, das gefällt mir überhaupt nicht Zweieinhalb Punkte schaffen ey, what the fuck Also wenn wir es noch schaffen So weit zurückseiten Der Boy ist das noch gerade oben Ey, das gefällt mir gar nicht Ey, ich bin grad nur oben Rund oben Na, Double Ja, schön Hopper Ich bin nicht oben Warte, ich hätte Genji gehabt, wenn Sagen wir hier Drecksbobel voll hinzu gemacht hätte Sagen ist da Ja Ich hab Terra gehört Ja 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 Ich hab Terra gehört Ja, Terra hat drüber Ja Jetzt pushen sie wieder Der Genji Der Genji Der Genji Warum jetzt? Merci Ein Stück früher und ich hätte was machen können Ich hab schon Ich conteste, ich conteste, ich conteste Mach Schaden Ja Terra hat mich Diva hat mich hier fast geholt ey, shit Diva ist down Ja, die hat mich eben gerade bevor du sie geholt hast Bevor du die Baby-Diva bis hier GULT Geholt hast Und ich hab Gold-Kills Wohl ein Genji dabei ist, ne? Wohl ein Genji dabei ist, ne? Du, ich hab mit Genji eher Gold-Schaden als Gold-Kills Wenn ich zum Beispiel auf mein Zwerch spiele oder so Wir müssen zweieinhalb, wir müssen wirklich zweieinhalb punkte schaffen Das schaffen wir schon Die haben uns so gerade gezeigt wie es geht Die haben sofort Die haben wir an Lucio Und nicht wie wir an Sanjata Und die hatten statt einen Roadhog, äh... Winston Ich hätt lieber eine Saria dabei, oder? Wie die am Ende Und statt einen Roadhog Ah, vielleicht bringt die Roadhog ja was Das sehen wir ja dann Der Saria wäre mir schon Wären wir halt lieber, weil es halt mehr Team-based ist, so Ja Du kannst halt dein Du kannst halt ein Team-Mate schützen, so Du kannst dich selbst schützen Du kriegst halt usti-Aufladung Du kannst dich zwar nicht selbst heilen, aber dafür hast du die Schilde Und... Du hast einfach die Gravitant Surge So... Das ist ein Game Das ist einfach einer der größten Game-Changer Genauso... Also... Gravitant Surge ist halt meiner Meinung nach mit zu... Geht halt mit zum Super-Charger Mit zu den größten Game-Changern So... Überhaupt Du hast einen gerechten Teamfight 5 gegen 5 Oh, guck mal auf einmal kommt ein neuer Held rein Saria und eine Orisa So... Keine Ahnung Gut, dann macht die Gravitant Surge mehr aus Weil alle auf einen Punkt sind aber Guck mal 5 gegen 6 Oh, guck mal Oh, guck mal Super-Charger Fertig Match entschieden Sofern die Team jetzt nicht halt so dumm sind Und... Irgendwie einen Kartoffel-Aim haben Boys, wir gehen über High-Ground, ne? Junk-Word ist recht Ja, den Junk-Word Mit einem Hanso Ich wurde gescattert Also, das ist ein Torbjörn Das ist ein Torbjörn Ich bin ein Junk-Word Jaja, er... Er sind sich... Ich wurde schon... Was? Gut, die haben da ein Junk-Word Wir müssen anders lang gehen Junk-Word ist ein Klein-Korridor... Junk-Word ist der King des Klein-Korridors Alter, da können wir nicht lang Wer von euch versucht, da oben lang zu gehen und den zu holen, der ist ein Vollidiot Außer der hol den Und überlebte Und überlebte Und überlebte Und wir haben uns gegenseitig umgebracht Das ist ein Anfang Das überlebte der King, alter Der hat meine... Der hat meine Respekt verdient Wie geht das? Wie kann man... Was? Wir brauchen einen Tank immer an der Front Weil ich will da sofort... Nicht wirklich an der Front, die man einen Road Dog ist, so... Der hucken kann Das ist klar doch, klar doch Das ist total logisch... Ja, da ist Junk-Word Wo ist unser Road Dog? Unser Tank? Ja, der Road Dog ist semi... Also... Ja, der ist da Der Tank woanders Hat mir das Geschütz geholt Ja, Junk-Word hat High Ground So, das ist dort ein sehr sehr starkes Problem Road Dog ist geschwächt Junk-Word Discord Die Runde dauern erst hier mit den anderen Er hat mich Aber wirklich nur nicht Ah, der kommt schon Wurde fix, bleib mit dir Ok... Das ist nicht dein Ernst Die haben eine Sim Sim Ja Und Torfjan Die gegen... Digga, die haben so viel geschafft und gegen Kansas Strat Ja Digga, Respekt, dass die so wenig Vertrauen in sich selbst haben Boi, Alter, da ist ja mein Dildo und auch Vertrauen vor deinem... Vorstellungsgespräch oder so Ich hab... Ja, ich hab Junk-Word Durch'n random Shot Alter, dieser Scheiß Hande da oben Alter Matze Den ist das Geschütz Alter Matze, fang mal bitte an Dich mit den anderen abzusprechen Und nicht einfach nur reinzupirschen Ok? Na, ich hab wenigstens was rausgefunden Bitte, guck mal dich Fangen an Dich mit den anderen abzusprechen Dich einfach wo du rein gehen willst Und das ist schon mal ein Fortschritt Du bist grad einfach rein gegangen ohne irgendwas zu sagen Ohne auf irgendwen zu warten Sorry, aber das ist Bronzeniveau Äh... Nichts gegen dich, aber... Ach komm schon... Ach so, ja, wir haben ja auch keine Möse mehr Also... Wenn der Zolli das Urk kriegt, so Und das irgendwie dahin kriegt Mein Wegen, aber... Ach so... Die Hande muss da oben weg, der geht mir so oft und hat auf die Nüsse Ja... Ja... Der geht mir auch schon ganz dort auf die Nüsse Die haben es auch nur auf den letzten Drücker eingenommen Ich war auf dem Punkt Vergiss es, ne? Ne? Haben wir verloren Das ist einfach nicht wahr Entweder wegen Hanzo oder wegen diesem scheiß Junkrat Tappt wegen beide Ey, sie haben... Junkrat... Junkrat hat den Korridor kontrolliert Und Hanzo war da oben die ganze Zeit und hat genervt So... Ja... Was ist also Lösung Nummer 1? Wen... Wen fokust man raus? Mal weiß, was denn Hanzo? Oh... Hohoho... Wer... Was auch... Bevor wir zum Hanzo kommen Der Hanzo schießt nebenbei Ist klar Wer kontrolliert aber den High Ground? In dem Moment Den Zugang zum High Ground? Junkrat Junkrat Ergo man holt als erstes den Junkrat weg Als erstes muss er Junkrat Dann der Hanzo Und damit haben wir 2 Picks Und damit Auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück zu stürmen Noch ein Match Mhm Ich schwöre bei Gott Wenn das scheiße wird, ne Oh... Boah wie klein ist es jetzt aufgehört 2 Pao interprete Dann gebe ich den Account echt auf, und dann wird es nur mein drunken Bullshit-Account. Also für mich stand ja fest, mein Smurf wird ja garantiert aktiver werden, als mein Main-Account. Dann will ich doch nochmal mein Glücks-Skin reintacken. Ich mach mal kurz den Shit nochmal ab, weil sonst wird nicht mein Glücks-Spiele-Icon nicht übernommen. Ich pack jetzt alles was bei mir mit Glücks-Skin und einfach alles rein. Nur ist es Sinn. Ich hab jetzt 3 verschiedene Spiele-Icons, die ich nehmen könnte. 1, 2 oder 3, was sagt ihr? 2. 3. 3. 2 sagen 3, ok. Hallo. Erstes deutsches Reich. Hey, sorry. Und wie wurde die eingerankt? Ein Match noch. Also, ich, Matze und Shindy fangen jetzt gerade unser letztes Einrankungs-Match an. Und ich bin sicher, es wird super scheiße. Unbekannt, Error. Ok. Ich wurde 50 Punkte vor Platin eingerankt. Hm, sauber. Nicht schlecht. 50 Punkte. Hanzo stört mich vorne und hinten. Ich bin nicht. Hanzo ist so kank. Ja, aber nach dem Match bin ich dann auch weg. Ja. So weiter. Nach dem Match werde ich auf mein Smurf weiter. Ich weiß jetzt schon, mein Endergebnis wird so scheiße werden, dass ich auf mein Smurf-Flexe den der Count verrotten lasse eben nichts. Ist dir etwas so schlecht in Overwatch? Weil es ist jetzt skill-basiert. Alter, dass es angehängt wird. Es ist mehr. Mehr. Skill-basiert. Egal, wie skill-basiert es ist. Als Support-Main bist du immer noch so hart in Arsch gefickt, ne? Das ist scheißegal. Das ist so, als ob sie früher einen riesigen 30cm Durchmesser Ditto genommen haben, um dir in den Arsch zu schieben. Aber jetzt benutzen sie Gleitcreme. Mach die Sache nicht angenehmer, ist trotzdem scheiße. Deine Leistung, wie viel du bekommst, seien immer noch intensiv stark von deinen Teammates ab. Erst recht als Mercy. Und ich bin so oft gezwungen, Mercy zu spielen, ne? Da kannst deine Mutter, ich bin gezwungen, öfter Mercy zu spielen, als deine Mutter einen Schwanz im Arsch hatte. Und das muss was heißen. Hm, weiß nicht. Ey, Boys. Alter, was? Mein Kutschi falle mal so weit vorne! Sensei? Wie keins ab! Sensei? Was? Du hast ja Skalien, du hast Skalien für 60 Euro geholt, oder? Auf der PS4. Oder was ist mehr anderes? Ich hab's mir gebraucht. Ich hab's mir gebraucht. Ich hab's mir im Angebot geholt. Okay. Weil die, äh... 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 Ich hab nix gesagt. Hey, Matze! Hey, Matze! Matze, ich hab jetzt übrigens den von Mercy denn auch den Skin, den Halloween-Skin von Mercy. Ah, hast du auch mal gezogen. Ja, das ist jetzt mein zweiter Skin. Also von diesem Event. Und vielleicht hab ich Glück und Krieg aus dieser Lootbox auch, weil das Halloween-Event ist noch nicht raus. Warten wir da rein, ja. Warten wir da rein. Das Halloween-Event ist nämlich noch nicht raus. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich hab heute den letzten Skin gezogen, der mit fährt. Ab danke. Digga, was steht nur da hinten rum? Nein, nein, nein. Das Geile ist... Ich hab so gute Tiefs gehabt. Was steht so da hinten rum, Alter? Matze? Was ist das jetzt in der Saison? Sechs oder sieben? Das ist, äh... Man, ich hab die da sechs. Irgendwelche andere Scheiße unterhalten hier. Wir spielen Ranked, Junge. Du kannst uns konzentrieren. Das geht mir grad wieder mächtig auf den Sack, ey. Kenn ich. Das ist nix gegen dich, ne? Aber es ist einfach nur die Sache, so man will Ranked spielen und irgendeiner kommt rein und labert über irgendwas anderes mit irgendwem. Man wird... Warum ich bin selber Ranked? Ich bin selber Ranked. Weißt du, wie sehr mich das grad auf Ranked spielt oder nicht, Alter? Ich weiß nicht, warum nur auf der Fall. Ja, toll. Wir haben den ersten Punkt verloren, Boys. Könnt ihr vergessen. Ich verpisst euch von da. Unbekannt, Error. Ja, vielen Dank, du Scheiß-Hanzo-Main. Ja, ich krieg dich so rein. Ich hab dich das nicht so hart, Hanso-Main. Das glaubst du gar nicht, Alter. Ich hasse. Hanso-Main. Ranked for life. Hanso ist bekannt. Der hat das übrigens sogar auf seinen Gaming-PC zu stehen. Da ist die... Eine Scheibe dort ist eine Spezialanfertigung. Da drauf steht, wortwörtlich, Hanso ist erkannt. Hanso ist erkannt. Hanso ist erkannt. Hanso ist eine Fotze. Und ich kann ihn verstehen. Er ist der Junkweil-Main. Aber ich kann ihn verstehen. Hanso ist eine Fotze. Ich hasse es in Hanso ihm im Game zu haben. Klar, es kann sein, dass er Hanso echt gut ist und seine Picks macht. Grundsatz ist aber scheiße. Oh, guck mal, Hanso hat seinen ersten Pick gemacht gerade. Respekt. Du hast den ersten Kick gemacht, du Bitch. Ich hab zwei. Als Mercy. Ich hab mehr als du. Du kannst mein Schild dessen machen. Ja, ja, dann... Du wirst ein Stück bei der Deckung. Oh, fuck. Ich dachte, das wäre ein Gänzy oder ein Hänzy. Das war einfach... Das war einfach 1 cm da raus. Komm, als ich es dachte. Okay. Jemand ihre Old Ganschen hat verschmissen. Und die... Ja. Ich hab dich! Aber ich bin tot. Ach, scheiße. Ach, kriege ich noch. Ja, danke. Nein, Hilfe! Nein, scheiße. Hilfe! Nein, scheiße. Hilfe! Ah, Mann, ey. Was hast du denn denn denn? Was für ein Eis ging ganz? Also, du setzt lieber seine Voltie ein, um... ... statt auf den Punkt zu gehen, diesen Arten... ...und... ...und... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt haben wir nicht mehr EZ. Doch haben wir sogar noch. Der Gegner ist so auf den Hut, auf die Mütze. Enem, erinnert mich mal bitte gleich, sobald ich stripple. Erinnert mich mal bitte nach dem Match daran, dass ich sowieso immer dinken muss. Scheint. Entmuten. So, ich werde dich gleich mal kurz muten, damit ich den Rest des Match nur meine Konzentration behalten kann. Jo, alles klar. Warum verreckt? Boah, ist er so ein verfickter Scheißanzo. Ja klar, klar doch. Echt, zwei kriegst du hier und so ein Report von mir. Wie will ich das überhaupt noch schaffen, ey. Und da haben wir noch 3 Minuten Zeit, 3,5. Ach, Saber. Soll ich ein Team-Mate sehe. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. So, so. Weißt du, die kriegen eh nichts hin, Alter. Alter, wenn der Typ jetzt andere packt, ne, Alter. Keiner vergessen. Okay, 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 okay. Wow. Scheißen, Alter. Haben wir gleich. Die Farrah hat gerade vorne und hinten nichts genutzt, die war scheiße. Und der, wo Tracer spielt, war genauso sinnlos und scheiße. Ja, die waren beide nutzlos. Ja, die haben beide von ihren Report passiert, beide. Ich liebe das Report zu sehen. Oh Gott. Wer ist meine goldene Nüsse? Hä? Ooi. Wie knapp, dass... Immer schon ein bisschen aufräumen hier. Natürlich. Das sind die Listen-Mate. Ich liebe das. Also die zwei Render von Team-Play, keine Ahnung. in der strategie wo wir lang geht ja das war zu ehrlich sowas fragt dann hätte ich auch gern gewusst ja ja ich weiß selber nicht wo mann cancer spread boys cancer spread die haben den besten oder reinhard kennt das wird ja gerade er hat ihn nun aber jetzt würde wiederbelebt er hat das er hat das gott hey die ferra ist bei uns drin reiner tot 2x gut hol dir das hashtag ach leck mich doch im ars mercy down mercy kann den rest nicht machen nein ja er ist down wer hat bitte auf dem genji reflekt geschossen ich nicht ich bin runtergefallen weil ich genau das verhindern wollte tracer hat auf seinen reflekt geschossen deswegen konnte er mich töten und die hat goldwaffen das sagt jetzt aber nicht dir das mal scheiße hm ja klar doch oh man oh ja okay das ding ist echt schon für zu viele verschiedene find ich a tracer hinter uns was war das denn gerade auch der hat sich doch einen der hat sich doch eindeutig an die decke katapultiert da kann man von oben runter der scheiße ich und er hat sich an die decke katapultiert und kam von oben runter bei euch bleibt ruhig nein ich hab jetzt gerade nicht ich hab'n ich hab'n volle breitzeiten wenn du unruhig wirst ja jetzt jedes mal wenn er zolltig wird also wenn er hartzolltig wird da liest du an konzentration das ist die dumme mercy auch noch ich bin leider was soll ich mit machen hier gut es war gerade ein Fehler soweit vorne zu bleiben aber ich war mir unschlüssel wo riefer sass down hast du ihn nicht grad reflektiert wie konnte er nicht sterben nein riefer sass down hast du ihn nicht gerade reflektiert wie konnte er nicht sterben ich würde sagen dass dem 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 mehr als nur noch für die sagt ich bin nach dem match weg bei kopfschmerzen ich merke es gerade richtig dass ich nach dem match echt weg muss was ist doch auch kaum die ulti von bestien hat mich wir kriegen den funkt jetzt hoffentlich nein ich bin ja klar ja das war das match aus was waren das für teammitglieder mega das war so hart scheiße alter zc vergiss nicht sorry wieder zu entnuten ja danke danke für die erwähnung ausgerechnet das warte ja da war ich und matze wie bist du ein gerankt weiß ich noch nicht egal ich habe einen kalten lifesaver das war so schlimm das fand ich guck mal die waren in random sind gerankt ja ich bin salty aber wenn ich salty werde dann zu recht ey das ist das es gibt zwei arten von mir es gibt mir drei arten es gibt normal lustig salty und salty salty jetzt bin ich salty salty jetzt will ich wissen wohin ich ein gerankt werde und ich werde den scheiß nicht wer den rank jetzt nicht sehen will verlässt sofort das match ich will sehen ich will sehen und ich bin audit ja sexy das ist schon mal beförderung silber 18.885 silber 18.885 äh 1 warte was hast du ja gesagt schon also was hat die für ranked silber ich wollte sagen 18.885 wie gut das ist 1 ich kann es nicht auswählen ich kann es nicht auswählen 1 Tassen Dach 162 ich bin ein Stück höher 1 2 2 3 3 4 6 6 6 es 흙 Vielen Dank.